Ich bin ein Samurai Ja und darum geht es nämlich in Masashi Kishimoto's neuestem Werk Samurai 8 Und zwar geht es dabei um Samurai die wohl anscheinend die ganze Galaxie beschützen Das heißt der Manga spielt also nicht nur auf einem Planeten Sondern wir werden vermutlich eine Reise durchs Weltall sehen können Ein bis dato noch unbekannter Charakter kriegt auf einmal die Aufgabe Pandoras Box zu suchen Und zwar ist Pandoras Box wohl eine Schatulle in der ein Gott namens Akadala etwas versteckt hat Was wohl alle Planeten retten könnte Schade ist, dass wir noch nicht mitbekommen von welcher Bedrohung denn eigentlich Naja gut, auf jeden Fall um diese Pandoras Box zu öffnen brauchen wir nämlich 7 Schlüssel Und diese soll der unbekannte Charakter überall suchen Die Frage ist jetzt hier, wird das ganze dann nur auf einem Planeten spielen Sind diese 7 Schlüssel auf einem Planeten oder müssen wir wirklich auf mehrere verschiedene Planeten Um diese Schlüssel zu finden Was auch interessant ist, der unbekannte Charakter sagt Wie soll ich denn diese ganzen Sachen finden und kämpfen und sowas wenn ich diesen komischen Körper habe Wir sehen ihn aber leider noch nicht, deswegen wissen wir nicht was so wirklich mit seinem Körper los ist Plötzlich swiss die Szene ist zu einem Kampf zwischen zweier Samurai Und wir kriegen mit was die Samurai bei Samurai 8 Zenso drauf haben Klaro, sie können in erster Linie natürlich mit ihren Schwertern kämpfen Aber so wie es aussieht hat wohl jeder Samurai noch so ein komisches Tier bei sich Ein sogenannter Holder Was aber nicht einfach nur ein normales lebendiges Tier ist Sondern irgendwie eine Energieform von einem Tier zu sein scheint Denn die Samurais können diese Tiere sozusagen in sich aufnehmen Und bekommen dann eben eine Rüstung Und erst dann ist es wirklich diese Power Up Mode der Samurais Und so kämpfen die zwei Samurais miteinander Der eine verliert dabei seinen Arm Aber das ganze war einfach nur ein Trick Damit er den anderen Samurai mit seinem Schwert schlagen konnte Wie wir dann auf einmal mitbekommen Sind die Samurais in Samurai 8 aber nicht einfach nur normale Menschen Nein, denn der eine Samurai macht auf einmal Fingerzeichen wie wir sie noch aus Naruto kennen Und plötzlich öffnet sich sein Schädel Ja, die Samurais in Samurai 8 sind nämlich entweder Roboter oder einfach nur Cyborgs Was wir dann aber auch noch mitkriegen ist Dass das ganze einfach nur ein Videospiel war Ja, denn der Hauptcharakter in Samurai 8 Der Hachimaru Ich glaube der hieß Hachimaru Ja Hat nämlich ein Videospiel gespielt In dem es um die Samurais geht Der junge Hachimaru will nämlich selbst mal irgendwann Samurai werden Das ganze könnte sich aber etwas schwieriger weisen Denn sein Körper war wohl schon seit Geburt an immer sehr sehr schwach Und er war eher kränklich Weswegen er an ein Lebenserhaltungssystem angeschlossen ist Es geht sogar so weit Dass er nicht einmal das Haus verlassen kann Denn zwei Minuten ohne dieses Lebenserhaltungssystem Und er würde einfach sterben Deswegen möchte sein Vater Wer welcher wohl irgendwie ein Erfinder oder Wissenschaftler oder sowas zu sein scheint Ein mobiles Lebenserhaltungssystem basteln Mit dem Hachimaru dann endlich mal raus ins Freie kann Wie jeder Samurai in Samurai 8 Hat auch Hachimaru ein komisches Tier bei sich Und zwar so einen kleinen Welpen Welcher komischerweise aus irgendwelchen Gründen miaut Ja Wenn ich mir darüber nachdenke Es sieht wohl eher so aus Als wären diese Holdertiere auch Roboter Denn die haben gesagt Die haben irgendwas falsch programmiert bei ihm Ja Macht wohl am ehesten Sinn Hachimaru selbst ist aber natürlich noch kein Samurai Er ist bisher einfach nur ein ganz normaler Junge Und hat einfach nur diesen Traum Irgendwann mal eben dieser Samurai zu werden Naja Um dieses mobile Lebenserhaltungssystem fertig zu bauen Braucht sein Vater wohl noch irgendein Bauteil Welches wohl sehr sehr teuer ist Und deswegen macht er sich auf den Weg Um es abzuholen Währenddessen begegnet Hachimaru in seinem Heim Nämlich einer komischen Katze Also nicht nur eine normale Katze wie wir sie kennen Sondern so ein Katzenmensch ähnliches Ding da Was auch noch gleichzeitig blind ist Und wohl anscheinend ein Samurai ist Ganz 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 komisch Naja Auf jeden Fall reden sie darüber Wie man denn ein Samurai werden kann Und was es dazu braucht Und so weiter und so fort Es stellt sich auch dabei heraus Dass ein Samurai-Aid ganz ganz wichtig ist Dass man Samurai und Krieger voneinander trennt Denn das sind zwei verschiedene Sachen Ein Krieger ist einfach nur ein Lappen Und ein Samurai ist cool Damit wir das auch mal geklärt hätten Während die zwei sich daneben unterhalten Kommt eben der Vater auf einmal an einem Platz an Wo ein weiterer Samurai steht Und dieser hat irgendwie so eine komische Steinkugel Oder sowas in der Art bei sich Aus der man ein Messer holen kann Mit diesem Messer hat der Samurai Nämlich einen seiner Verbündeten Kurzum getötet Ganz ganz komisch Irgendwie scheint es wohl ein Ritual zu sein Dass wenn man sich mit so einem Messer Auf so einem Stein umbringt Und das ganze überlebt sozusagen Dann wäre man wohl ein Samurai Hm Komische Sache Naja Der Vater hat um den Hals So eine kleine Kette Mit so einer Art Ja Mit irgendwas dran halt eben Und der Samurai erkennt das wohl Und es ist wohl irgendwie ein Teil Eines Schwertes Von irgendeinem legendären Samurai damals Und das Schwert würde sich wohl der Vampir nennen Ähm Der Samurai wollte das ganze haben Und fliegt dann auf einmal los In Richtung zum Hause des Vaters Wo sich momentan eben noch Hachimaru Und dieser Katzen Samurai befindet Es kommt zum kleinen Disput Zwischen dem bösen Samurai Und diesem Katzen Samurai Und ich muss sagen Der Katzen Samurai Trotz dass er blind ist Geht wirklich ab Also es ist wirklich Style Ähm Doch leider kommt es so weit Dass eben der böse Samurai Diesen Katzen Samurai Kurzum aufhält Indem er ihn aufspießt Und plötzlich holt er halt eben Auch so ein Messer raus Und sagt zu Hachimaru Dass er sich doch bitte töten soll Oder dass er halt beweisen soll Dass er ein Samurai ist Weil sonst würde der böse Samurai Einfach seinen Vater töten Hachimaru der zwar vorgegeben hat Immer seinen Vater zu hassen Liebt seinen Vater natürlich Und entschließt sich deshalb Wirklich sich selbst Das Messer in den Bauch zu rammen Und in dem Moment Ist Hachimaru So wie es aussieht Auch tot Und aus seinem Herzen Ploppt irgendwas heraus Und das ist wohl Das richtige Schwert Der Vampire Also der Vampir Doch das ist natürlich Nicht das Ende der Story Denn der Manga Im fast ja nicht Nur einfach nur ein Kapitel Nein Hachimaru verwandelt sich plötzlich Irgendwie reagiert sein Körper Eben mit diesem Stein Und er verwandelt sich Und wird auf einmal Zu so einem Badass Samurai Und kriegt sein eigenes Schwert Und alles Und legt sich direkt mal Mit dem bösen Samurai an Und wie man es nicht anders erwarten kann Hat er natürlich den gleichen Move Wie im Videospiel benutzt Indem er seine Hand geopfert hat Konnte er den bösen Samurai Besiegen Zumindest mal kurzum aufhalten Das wäre eher so die Sache Ja Weil ich glaube Dieser böse Samurai Wird noch ein großer Antagonist In Samurai 8 Was auch ein interessanter Fakt ist Ist dass die Samurai Wohl eine bestimmte Fähigkeit haben Und zwar wenn man ihnen Irgendwie ein Körperteil abtakt Können die das wieder nachwachsen lassen Es sind wohl doch mehr Biomechanische Cyborgs Würde ich mal behaupten Hm Naja Auf jeden Fall Wird es wohl in den nächsten Kapiteln So laufen Dass Hachimaru diese Aufgabe Von dem Katzentypen bekommt Dass er die Schlüssel sucht Und damit Pandoras Box öffnen kann Und eben das Böse aufhalten kann Das wird wohl die gesamte Geschichte Des Mangas sein Sein Weg zu einem Samurai Genauso wie auch schon Naruto's Weg zum Hokage Sind wir auf jeden Fall mal gespannt Ich muss sagen Das erste Kapitel War an sich nicht mal schlecht Also ich will jetzt noch nicht sagen Dass es hier wieder einer der großen Mangas werden kann Aber für ein erstes Kapitel War es schon mal ganz ordentlich Und hat schon ein bisschen Interesse geweckt Ich werde mir auf jeden Fall mal Die weiteren Kapitel angucken Wenn ihr das schon gelesen habt Sagt mir doch mal eure Meinung Was denkt ihr Könnte Samurai 8 Einer der großen Mangas werden Oder ist es einfach nur So ein kleiner netter Versuch Von Masashi Kishimoto Im Geschäft zu bleiben Schreibt eure Meinung Wie immer in die Kommentare Wenn euch das Video gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt Dann wird es endlich mal Zeit Also ich meine wirklich Es wird endlich mal Zeit Einfach nur abonnieren klicken Ist nicht so schwer Das kriegt auch ihr hin Ja Ich bin heute echt böse Muss ich sagen Bin ein böser böser Bube Naja Wie immer wünsche ich euch Viel Spaß Und haut rein Ciao